Handelswoche und hier starten wir auch direkt, wie auch in den vergangenen Wochen, mit den täglichen Handelsideen präsentiert von Tickmill. Und heute schauen wir auf das Währungspaar Euro-Britischer Fund. Wir haben mal wieder den Bitcoin auf der Uhr und heute geht es auch um den WTI, also das schwarze Gold, live hier in der Besprechung, in den Charts. Und für Sie, wenn Sie es schon gelesen haben, im Blog-Eintrag von Tickmill. Und damit herzlich willkommen hier im Live-Webinar und von der Seite her auch meine Einladung an alle Live-Zuschauer, wenn Sie mögen und den ein oder anderen Chart gerne mal besprechen möchten oder besprechen lassen möchten, dann scheuen Sie sich nicht. Geben Sie ruhig direkt hier im Chat Ihre Frage bzw. den Wunsch-Chart ein und dann sprechen wir natürlich hier im Webinar auch darüber. Bevor wir das tun, gibt es den obligatorischen Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und dann starten wir die Woche auch direkt mit einem Blick in die Tagesnachrichten. Was gibt es heute Wichtiges? Die Agenda ist relativ überschaubar heute. Um 16 Uhr gibt es aus den USA die Verkäufe bestehender Häuser. Heute Morgen gab es einige Indizes von Investing.com zum Gold, zum S&P 500 und zum Euro-US-Dollar. Das ist immer interessant zu sehen, wie sich diese Indizes entwickeln. Das hat hier auch etwas mit der Stärke oder Schwäche eines Titels entsprechend auch zu sehen bzw. zu tun. Beispielsweise wenn der Euro-US-Dollar steigt oder sinkt, dann hat das in der Regel halt auch entsprechende Auswirkungen auf das Währungspaar. Das erklärt die Logik hinten dran. Was gibt es noch? Sie sehen es, das war es schon an wichtigen Nachrichten hier. 16 Uhr, wie schon gesagt, das Thema der Häuser. Und das war es dann schon heute Nachmittag noch ein bisschen was um die Zinsauktionen hier in den USA. Und um 16 Uhr das Verbrauchervertrauen für den Monat Juli in der Eurozone. Das soweit dazu. Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt in die Charts hinein. Ich hole mal eben den Metatrader hier rüber und wir starten nicht mit dem Euro-US-Dollar. Wobei ich muss sagen, das was hier jetzt gerade passiert, die Kerze, die wir hier gerade haben, die sich hier aktuell ausbildet, auch aus diesem Level, was wir hier in der letzten Woche auch besprochen haben. Das ist relativ interessant, dass der Markt hier hochgeschnäpst ist sozusagen und jetzt hier gleich wieder beginnt abzuverkaufen. Und das ist eine interessante Sache aus dem Grund, weil kurzfristig investierte Trader sowas natürlich gut und gerne für ihr Trading mit nutzen können. Das heißt, wer den Fokus hier rauf hat und sozusagen hier bei dieser Kerze den Hochpunkt auch mal mit anspricht sozusagen, der sieht halt, ah, was passiert denn jetzt hier oben in diesem Bereich? Da kann ich ja mal ganz kurz eine Linie hier oben drauflegen. Ich glaube, hier oben ist das Top in diesem Bereich. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal in den fünf Minuten an und schauen, was hier passiert. Und da sehen Sie, der Markt lief hier schön nach oben, hat getoppt und dann hier runter und zackig einen Abwärtstrand gebildet. Spannende Geschichte. Das lässt sich natürlich für denjenigen, der es auf der Uhr hat, gut traden an sich. Man kann nicht immer alle Trades von vornherein sehen. Das Universum ist einfach sehr groß. Aber was mir hier auffällt, das gebe ich auch gerne direkt hier weiter. Und ich würde sagen, damit gehen wir auch in den Bitcoin. Hier nicht unbedingt in den Fünf-Minuten-Chart. Das große Bild ist hier das, was aktuell interessant erscheint. Und zwar haben wir hier einen Wert. Sie sehen es untergeordnet, beziehungsweise untergeordnet, ich habe es mal in blau eingezeichnet. Hier besteht ein Aufwärtstrand. Auf der Oberseite ist hier momentan irgendwo der Deckel drauf, um die 7.600, knapp 81,50. In diesem Bereich 82. Da sehen Sie die rote Linie. Da wollte der Markt hier immer mal nicht so richtig drüber. Hier hat er damit gestrauchelt, ist dann deutlich abgefallen. Jetzt sind wir hier wieder drin am Freitag. Da ist der Markt reingelaufen, hat komplett wieder abverkauft. Jetzt stehen wir auch wieder in dieser Linie. Wir kamen zwar von unten raus und haben schön uns nach oben wieder vorgearbeitet. Der Markt, also jetzt nicht wir, sondern der Wert für den Bitcoin in Korrelation, beziehungsweise in Koppelung zum US-Dollar. Also das heißt Bitcoin, US-Dollar als Währungskürzel hier. Jetzt ist es echt spannend, was hier oben passiert. Schafft der Markt tatsächlich den Schub oben drüber? Das heißt, er bricht oben raus. Dann haben wir hier auf der Oberseite einige Tageshochs, die dann doch von Interesse zum Anlauf wären. Um die 8.100 Dollar, hier um die 8.418 und das haben wir hier oben noch die 8.580 Dollar. Das wären mal die Anlaufpunkte auf der Oberseite. Sven, einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Grüße. Und damit zurück zur Unterseite beim Bitcoin. Schafft der Markt es nicht, hier oben drüber zu schieben? Das heißt, hier in den kleineren Zeiteinheiten dann einen Aufwärtstrend auch vorzusetzen. Dann besteht natürlich nach unten hin auch die Möglichkeit für Dynamik. Das heißt hier in diesem Fall um die Kurse von 7.245 haben wir hier so einen leichten Boden hier in diesem Bereich. Der könnte als erster Anlaufpunkt gelten. Der hat halt hier die letzten Male immer schon ein bisschen gehalten. Das ist das Interessante an dieser Sache. Also hier ist ein Bereich, der ist wirklich wichtig. Hier könnte es auch zu einem Hin und Her pendeln kommen. Thema Trading Range. Das sieht man dann auch in der Stunde oder in den 15 Minuten sehr, sehr schön, wie die Märkte hier hoch und runter laufen. Hält dieses Level nicht? Dann sehen Sie, ist hier erstmal ein Stückchen weit Platz bis unten. Wir haben dann hier das Ausbruchslevel auf den Trend. Also hier in diesem Bereich hat sich ja hier war der erste Hochpunkt. Hier ist er überschritten worden. Hier hat sich dieser Aufwärtstrend gebildet. Da sind wir bei 6.794. Das ist so die Marke, die es hier als Anlaufpunkt gilt, die als Unterstützung angenommen werden kann. Dann haben wir hier das Tagestief bei 6.609. Und dann könnte der Markt unter Umständen noch über dieses Tagestief hier unten, ich schaue mal ganz kurz, wo es ist. Das haben wir auch hier liegen. Das ist um die Kurse von 6.308. Hier unten gibt es dann dieses Tief vom momentanen Trend bei 6.052 US-Dollar. Also hier an dieser Stelle ist nach unten hin auch Potenzialtag. Wir werden sehen, was der Markt hier macht. Der Bitcoin ist ja sehr schwankungsintensiv, wenn wir uns das Ganze mal anschauen. Also hier sind schon ziemlich starke Bereiche entsprechend da, die man immer mal wieder auf der Uhr haben kann, wo gewisse Punkte auch halten. Also das ist etwas, was man durchaus gut und gerne immer mal auf der Uhr haben sollte. Für diejenigen, die es kurzfristig mögen, hier der Ausbruch über die rote Linie mittelfristig nach unten hin ist ein bisschen Platz. Das wird sich dann zeigen. Ich denke mal, das ist nichts, was jetzt im 5-Minuten-Chart erledigt werden kann in Kurzfrist. Beziehungsweise hier unten vielleicht der Unterbereich. Wir können uns ja mal ganz kurz diesen Markt hier anschauen in den 15 Minuten. Da sehen Sie auch diese starken Schwankungsbreiten selbst in den 15 Minuten. Also hier nach oben hin. Hier hat man schön die Seitwärts-Range. Das ist das, was ich vorhin auch angesprochen habe. Da ist der Markt jetzt hier aus dieser Range ein bisschen nach oben gelaufen. Ist jetzt hier im roten Bereich. Und hier oben kommt es jetzt darauf an, was sich hier entwickelt. Läuft der Markt hier dynamisch weiter nach oben oder macht er uns hier einen Abwärtstrend? Das ist das, was wir hier sehen wollen. Und danach kann der kurzfristige Trader sich dann entsprechend auch orientieren. Das heißt, die Trends, die sich hier abbilden, einfach auch zum Handeln nutzen. Und wo wir gerade bei Trends sind, würde ich sagen, schauen wir direkt in den Trendverlauf des schwarzen Goldes hier am Beispiel des WTI. Was gibt es zu berichten? Wir hatten das WTI ja die letzte Zeit öfter mal auf der Uhr. Hier nach diesem Schub, den wir hier wahnsinnig stark nach oben gehabt haben, kam eine Korrektur. Wenn wir uns das Bild mal im größeren Zeitrahmen anschauen. Also hier sozusagen, dann haben wir hier diesen dynamischen Trendlauf nach oben, auch mit Untertrend. Jetzt sehen wir diesen großen Trend. Der ist jetzt in seine Korrektur hier unten reingelaufen. Hier gab es so ein bisschen im Bereich eines Supports um die Marke von 67 US-Dollar. Das ist auch der Bereich, wo hier dieses Hoch, dieses Abwärtstrends, untergeordneten Abwärtstrends sozusagen überschritten wurde. Der wurde hier getestet und hier hat der Markt halt wirklich schön nach oben geschoben. Jetzt ist es interessant, was hier passiert. Wir haben hier oben in diesem Bereich um die 70-Dollar-Marke, haben wir einen Top. Da will der Markt noch nicht so richtig drüber. Sie sehen, da ist er immer mal reingelaufen, hat direkt dynamisch wieder nach unten abverkauft. Was das Spannende jetzt hier an dieser Situation ist, ist das, was hier jetzt passiert. Er kann nach oben rüber laufen. Das heißt, Schwung holen. Dann wären hier zwei Tageshochs abzuholen. Eins um die 70,89 und das andere um die 71,68 US-Dollar hier in diesem Chart zu sehen. Das heißt, wenn die Dynamik wirklich hochkommt, hochläuft, das wären interessante, kurzfristig anzulaufende Marken, die wir hier im Auge behalten sollten. Kommt es allerdings auf der anderen Seite zu einer Schwäche, das heißt, der Markt läuft weiter nach unten, dann wäre hier erstmal das Tagestief vom Freitag bei um die 69,05, beziehungsweise gefolgt dann am nächsten Tagestief. Das haben wir hier schon deutlich, zwei Dollar tiefer stehen, oder nicht zwei Dollar, ungefähr 1,20, bisschen über 1,20, hier bei 67,80, was jetzt hier auf der Uhr nach unten steht, bevor hier dieser Unterstützungsbereich, der schon einige Male gehalten hat, also zweimal in diesem Moment bei um die 67 US-Dollar-Marke mit im Raum steht. Das sieht man auch sehr schön in der Stunde, was hier gerade los ist. Sie sehen, die Aufwärtsdynamik haben wir in der Stunde auch schön in einem Aufwärtstrend gehabt, der jetzt in seiner Korrektur steht. Das heißt, hier unten diese Marke von 68,88, die sollte nicht unbedingt gebrochen werden, sonst haben wir hier einen Abwärtstrend. Das heißt, das wäre nicht so günstig für das kurzfristige Aufwärtsthema, was wir gerade besprochen hatten. Das wäre dann eher ein Zeichen, dass der Markt hier nach unten will und eher die Bereiche auf der Unterseite anläuft, die wir hier gerade im Tageschart auch gesehen haben. Also hier im Chart des WTI, Sie sehen es momentan, der Markt pendelt hier so um die 69,35 hin und her, will da nicht so richtig weg. Also Sie sehen, um diese Marke gibt es einiges, was den Kurs hier aktuell festhält. Es gibt immer mal Spike nach oben und nach unten. Also die Handelsideen hier in diesem Chart gehen uns glücklicherweise auch nicht auf. Es ist momentan ein volatiler Markt und die kurzfristig orientierten Trader, denen gefällt sowas. Und deswegen habe ich den Chart heute mal mit auf die Agenda genommen, weil man hier natürlich sehr, sehr schön das Ganze auch betreiben kann. Und wenn man sich das Ganze mal auch in den kleineren Zeiteinheiten anschaut, schauen Sie, wir haben jetzt hier im 5-Minuten-Chart auch eine gewisse Range, die sich hier gebildet hat. Ich zeige Ihnen das mal ganz kurz, was ich hier mit meine. Hier, opala, das wollte ich jetzt nicht haben. Ich wollte das Rechteck haben. So, jetzt haben wir es hier. Oberseite, ungefähr die Unterseite. Das ist mal so eine Range, die wir hier momentan im Chart auch sehen. Und da ist es natürlich immer möglich, von oben nach unten zu traden, beziehungsweise dann Strategien zu nutzen, die einen Range-Ausbruch entsprechend auch bevorzugen. Das an dieser Stelle zum WTI. Und damit zum dritten Währungspaar in der heutigen Besprechung, und zwar den euro-britischen Pfund. Auch hier das Ganze im Tageschart zu sehen. Wir haben ja hier eine wirklich schöne dynamische Aufwärtsbewegung in der letzten Woche auch gesehen. Der Markt schob schön nach oben. Und dann lief er hier oben in diesen Widerstandsbereich hinein um die Marke von 0,89,620. Das sehen wir hier entsprechend im Chart. Ist ein Punkt, wo der Markt hier drüben schon ein paar Mal abgeprallt ist. Hier im Vorfeld hat das Thema auch schon immer mal so ein bisschen eine Rolle gespielt. Jetzt kommt es darauf an, was wir hier machen. Was wir hier nach dieser starken Bewegung nach oben sehen, ist eine gesunde, entsprechend ablaufende Korrektur. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Spannend wird es jetzt, was hier weiter passiert. Wenn diese Kerze hier, die wir am Freitag erlebt haben, diesen Rücksetzer, wenn das Ganze fortgesetzt wird nach unten, dann haben wir natürlich einige Anlaufpunkte. Und die Anlaufpunkte, die sehen wir entsprechend hier im Chart. Das ist erstmal hier unten dieses Level um das Tagestief. Ich mache das mal kurz etwas größer. Wir brauchen die hinteren Kurse nicht. Hier haben wir das Tagestief vom Donnerstag stehen. Das ist die 088 980. Dann haben wir weitere Tagestiefs hier vom Mittwoch um 088 726 erstmal liegen. Und dann hier noch die 088 404 ebenfalls Kerzentagestief, bevor der Markt hier dieses Unterstützungslevel angeht, wo einige Tiefs auch liegen, die geholt werden können. Das heißt, hier unten ist der Anlaufbereich, der dann interessant wird. Wenn der Markt stark bleibt und diesen gebildeten Aufwärtstrend hier fortsetzt, gehe ich mal jetzt nicht davon aus, dass der Markt hier unten drunter bricht. Man weiß es nicht, aber interessant ist, was hier kurzfristig passiert. Wir schauen uns das Ganze gleich noch in der kleineren Zeiteinheit an. Bevor wir das machen, möchte ich gerne die Oberseite noch beleuchten. Da muss ich den Chart nur noch mal etwas kleiner skalieren. Warum? Weil wir hier drüben etwas weiter in die Historie müssen. Bricht der Markt hier oben drüber? Das heißt, schafft er es tatsächlich, oben rauszugehen? Dann liegen hier in diesem Bereich einige Tageshochs bzw. Peaks, die wir ohne weiteres auch abholen können. Hier um die 089 832, hier oben die 090 155, 090 224 und die 090 374. Die liegen sehr nah beieinander. Und das ist der Grund, weshalb es interessant ist, hier auch drauf zu achten, weil Sie haben das sicherlich das ein oder andere Mal schon in den Schatz gesehen. Wenn so Kursmarken sehr nah aneinander liegen, dann kann es wirklich Dynamik geben, wo der Markt einfach darüber rauscht, da durchrauscht. Und das ist dann interessant, auch weil das häufig gute Anlaufpunkte sind, wo man die Frage beantworten kann, weil sie oben drüber liegen, wer kauft nach uns. Und das ist dann doch ein wichtiger Faktum, den wir hier in diesem Bereich haben. Und ich habe ja gesagt, wir schauen uns das Ganze auch mal noch in der Stunde an. Und in der Stunde sehen wir hier diesen schönen, nach oben laufenden Markt, den wir hier haben, in diesen Bereich rein. Und jetzt sehen Sie, hier gibt es diese Abwärtstynamik. Hier gab es mal noch den Spike nach unten. Das war allerdings in der Nacht. Ich persönlich gebe solchen Dingen manchmal nicht ganz so viel Bedeutung. Das kann auch mal kurz durch eine Spreadausweitung oder ähnliches passiert sein. Wichtig ist der Gesamtverlauf. Und wenn wir hier sehen, dass der Markt wieder weiter nach unten läuft, das sind dann die Zeichen dafür, dass wir hier den Abwärtstrend dynamisch weiter nach unten laufen lassen. Und wer sich da beispielsweise die Stunde als Richtungsgeber nimmt und aus den 5 Minuten in die Stunde tradet, der sieht hier sehr schön diesen nach unten laufenden Abwärtstrend. Und der läuft halt momentan, hat hier oben im Bereich von 0,89237 sein Hoch. Hier unten das aktuelle Tief bei 0,89221. Und das kann man dann natürlich nutzen, um schön nach unten zu traden, um das Ganze hier hervorragend auch rauszuziehen. Der ein oder andere, den interessiert das Ganze natürlich sogar, wenn man sich dieses Bild auch im Minuten-Chart auch anschaut. Und da sieht man halt hier unten die letzte Korrektur des Ganzen. Dann haben wir hier Bewegung. Und jetzt gibt es das Ganze noch etwas in der Korrektur wieder nach oben. Und wenn wir uns das mal in der Minute anschauen, dann sehen wir auch hier unten drunter die Trendverläufe nach unten, den Trendverlauf jetzt nach oben und jetzt die dynamische Abwärtsbewegung wieder. Also Sie sehen, das ist ein Chart, der bietet momentan einiges an Potenzial für das kurzfristige Trading, vielleicht auch für das mittelfristige Trading, wenn die Korrektur noch etwas tiefer läuft. Das wird sich zeigen. Aber es ist auf alle Fälle etwas, wo man durchaus einmal hinschauen kann, weil dieser starke Schub nach oben, der war auch sehr Nachrichten induziert. Ich glaube, das war letzte Woche Donnerstag, als wir Nachrichten bekommen haben. Aus Großbritannien und danach gab es diesen Schub nach oben. Das waren die 11 Uhr Nachrichten letzte Woche. Ich glaube, zu meinen, das war am Donnerstag. Da ist der Nachrichtenschub nach oben gekommen. Der wurde dann wieder abverkauft. Mal sehen, was wir hier draus auch machen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Fragen im Chat sehe ich jetzt nicht. Das heißt, morgen spätestens um 8 Uhr haben Sie den Blog-Eintrag wieder auf Tickmill und danach um 8.30 Uhr sehen wir uns an gleicher Stelle, wenn Sie mögen, wieder, um die entsprechenden Handelsideen zu besprechen. Wir wünschen oder ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag, erfolgreiche Trades und bis morgen. Machen Sie es gut, Ihr Mike Seidel